Hey Freunde, willkommen zum heutigen Test. Heute ist die Orchidee dran von Argento Feuerwerk. Wir haben ein Kaliber von 30 mm, 13 Schuss mit 260 Gramm. Sie hat eine Reservezündschnur, befindet sich übrigens auch oben am Körper und preislich liegt sie zwischen 15 und 18 Euro, je nachdem wo ihr kauft. Dann würde ich mal sagen, gehen wir gleich mal raus zur Zündung. Wenn man bedenkt, dass die alle... Was hast du? Orchidee. Oder Orchidee. Nein. Hallo. Ja? Nee, nur Orchidee oder E. Okay. Orchidee oder so. Werde ich schon rausfinden, als das ist. Ja, fand ich jetzt nicht schlecht. Is. Werde ich schon rausfindet? Ja? Mhm. Untertitelung. BR 2018